Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo Anwendungsbeispiel bedingte Wahrscheinlichkeit. In diesem Lernvideo werden wir, wie der Titel schon verrät, die bedingte Wahrscheinlichkeit anhand eines Beispiels ausprobieren bzw. nochmal wiederholen. Ich brauche dazu auch ein bisschen Vorwissen, nämlich für dieses Video solltest du bereits die Grundlagen im Baumdiagramm kennen. Außerdem solltest du den Multiplikationssatz, das ist die erste Pfadregel, kennen, sollte es dazu noch Fragen geben, kannst du dir in meinem Lernzyklus die vorherigen Videos anschauen nochmals. Der dritte Punkt ist das vorherige Video, nämlich die grundlagebedingte Wahrscheinlichkeit. Die solltest du auch bereits beherrschen. Ich habe für dieses Video zwei große Ziele. Das eine Ziel ist, dass wir bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen können. Und das zweite Ziel ist, dass wir bedingte Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm bestimmen können, bzw. mittels Baumdiagramm bestimmen können. Zur Wiederholung, die bedingte Wahrscheinlichkeit ist eine Wahrscheinlichkeit, die voraussetzt, dass bereits etwas eingetreten ist. Also wir wissen, dass Ereignis A bereits eingetreten ist und wir wollen nun die Wahrscheinlichkeit dafür haben, dass ein anderes Ereignis eintritt. Ich starte dazu mit der Box bedingte Wahrscheinlichkeit, die findest du auf deinem Arbeitsblatt. Und zwar, die Box besagt, die Wahrscheinlichkeit, dass C unter der Bedingung A eintritt, ist durch folgende Formel gegeben. Also P von C unter A berechnet sich durch P von C und A dividiert durch P von A. Also wir dividieren die Wahrscheinlichkeit von C und A durch die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A. Wir müssen natürlich daher voraussetzen, da wir eine Division haben, dass die Wahrscheinlichkeit von A größer als 0 sein muss, sonst hätten wir eine Division durch 0. Diese Formel werden wir im Laufe des Videos noch öfters verwenden. Damit sie dir allerdings klarer ist, woher sie kommt, möchte ich, dass du folgende Aufgabe erledigst. Und zwar versuche die obige Formel mittels erster Pfadregel, also mittels Multiplikationssatz herzuleiten. Also erkläre, warum diese Formel für zweistufige Laplace-Experimente gilt. Gut, notiere dir natürlich deinen Lösungsweg und halte das Video dazu an. Wenn du fertig bist, kannst du das Video fortsetzen. Gut, dann lassen wir uns gemeinsam die Lösungen vergleichen. Ich habe dazu vom vorherigen Video bzw. von der vorherigen Box das Baumdiagramm nochmals verwendet zur Erklärung. Das Baumdiagramm findest du jetzt rechts unten bei mir. Schauen wir uns das gemeinsam an. Wir sollen das Ganze bzw. diese Formel anhand der ersten Pfadregel erklären. Die erste Pfadregel besagt, dass Wahrscheinlichkeiten entlang des Pfades multipliziert werden. Und wir verwenden dazu den ganz linken Pfad. Nämlich, wir schauen uns an. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass a und c bzw. c und a eintritt. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, also die Wahrscheinlichkeit für c und a, berechnet sich laut der ersten Pfadregel, indem wir die Wahrscheinlichkeiten entlang dieses Pfades multiplizieren. Also dieses p von a multipliziert mit p von c unter a. So, diesen Zusammenhang kennen wir bereits aus der ersten Pfadregel. Und jetzt brauchen wir diesen Teil. Daher formen wir diese Gleichung um und dividieren durch p von a. Wir brauchen jetzt natürlich die Bedingung, dass p von a größer als 0 ist. Sonst dürfen wir diese Division nicht durchführen. Daher setzen wir diese Bedingung am Rande noch dazu. Und wir erhalten nun p von c und a durch p von a ist gleich p von c unter a. Und schon haben wir die obige Formel mithilfe der ersten Pfadregel erklärt bzw. kurz hergeleitet.